Palmström Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche dargestellt, so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschnäuzen. Er gehört zu jenen Keuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet. Und kein Fühlender wird ihn verdammen, weil er ungeschnäuzt entschreitet. Ausrüstung Vielen Dank.